So, Harry sagt guten Tag, heute am 11. November 2019. Es ist 16.35 Uhr, Ortszeit hier in Katanburi. Ja, und hier ist die berühmte Brücke, die Brücke am Kwai. Harry hat sich einen Traum erfüllt und wird dann eben auch gleich hinübergehen oder hinüberfahren. Die weltberühmte, filmbekannte Brücke am Kwai und so sieht sie aus. Nach dreistündiger Eisenbahnfahrt von Bangkok hierher. Ja, und jetzt geht es erstmal ins Hotel und heute Abend nochmal hier zur Brücke. So, Harry sagt dann erstmal Tschüss und bis dann.